Also für solche Plattformen sollte man immer Blitz nehmen. Da kann man die Gegner einfach schnell runterschmeißen, dann sind sie schon so eliminiert. Hab ich das alle eingesammelt? Nein. Boah, ist das dein Ernst? Das macht er heute schon den ganzen Tag, mich zu stressen. Ah, ich glaube, das waren die. Also jetzt nicht dieser anderen Teil, sondern die, glaube ich. Ich glaube, es geht weiter. Au, hä, was ist denn jetzt so? Blöde Kamera Ja, als ob Was hat das denn jetzt schon wieder? Ja, als ob Na, was ist hier? Nur ein Kristall. Ich habe den Schnupfen. Ich habe den Schnupfen. Ich glaube am meisten brauche ich hier Feuer Mann Ah jetzt bin ich hier wo es glaube ich dann hoch geht oder ein zweiter halt Waaah Ah 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 schon eine halbe stunde nehme ich hier auf also jetzt die neueste aufnahme jetzt nicht die aufnahme davor in drei minuten noch was danach den katz meinte schätze ha 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 nice Ah! 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 Was ist das? Ah, endlich! Ich wollte gerade fragen, wann hat es eigentlich ein Ende? Okay, Eis macht es am meisten Schaden. Gut. Na, jeder Gegner hat immer seine Schwä... 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 Wie komme ich da noch wieder? Ah... In... Wie... Und noch einen Gegner da hinten? Ah! Wie... 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 Ei... Geh dich, was noch? Lass dich schreien! Lass dich schreien! Ah, jetzt geht das nach oben. Habe ich gerade gesagt, jetzt geht das nach oben? Jetzt geht es nach oben. So. Falls ich mich versprochen haben sollte. Ich finde, am meisten bräuchte ich da blitzen. Und so kann ich die Gegner runterschmeißen. Das geht los. Was? Ich habe das so nicht, denn das ist erst dann noch Schade habe ich kein Wasserelement. Noch ein Eingriff und ich bin da. Noch ein Eingriff und ich bin da. Und ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. und der lebt sogar noch, auch schön! Aber wie die angreifen bin ich lustig! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR